Also dieses Stollmanöver, das auf Deutsch das Überziehmanöver heißt, das dient dazu, die aerodynamische Grenze, den langsamsten Flugs zu ermitteln, den ein Flugzeug machen kann. Man verzögert die Geschwindigkeit, dabei nimmt man immer weiter die Nase nach oben. Die Geschwindigkeit nimmt ab, der Anstellwinkel wird vergrößert und irgendwann bricht der Auftrieb nach Überschreiten des Anstellwinkels für den maximalen Auftrieb zusammen. Das Flugzeug sagt durch, muss dann wieder Fahrt aufnehmen. Das ist der Punkt, an dem das Flugzeug so langsam fliegt, wie es fliegen kann. Wir befinden uns in Braunschweig beim DLR im Hangar des Flugbetriebs, wo der ATRA gerade eingerüstet wird. Der Hinweis steht für High Lift In-Flight Validation und das bezeichnet den Charakter des Projektes, dass wir also Validierungsdaten erzeugen aus einem Flugversuch. Das Ziel ist, ein Stück weit langsamer zu fliegen. Wenn wir langsamer anfliegen können und landen können, brauchen wir weniger Start-Landebahnlänge und wir sind etwas leiser. Das untersuchen wir, weil das Verkehrsflugzeug so ausgelegt ist, dass der Auftrieb, der durch die Flügel erzeugt wird, im Wesentlichen im Schnellflug, im Reiseflug das Gewicht trägt. Wenn wir jetzt langsamer werden, das müssen wir tun, um starten und landen zu können, müssen wir den Geschwindigkeitsverlust kompensieren. Und das macht man durch das Hochauftriebssystem, das heißt Klappen an der Vorderkante und an der Hinterkante. Die vergrößern ein wenig die Fläche und im Wesentlichen die Wölbung, also die Krümmung der Tragfläche. Und damit kann man den Geschwindigkeitsverlust kompensieren. Die Überziehversuche können wir in der Form nur machen, weil das Flugzeug bekannt ist, auch das Überziehverhalten, sodass wir dann den Schritt weitergehen können und das ausrüsten mit Instrumentierung. In der jetzigen Kampagne haben wir vorgesehen Schubspannungsmessungen auf der Oberfläche des Tragflügels und wir haben Geschwindigkeitsmessungen an dezidierten Stellen über dem Flügel. Wir haben mit dem Projekt HINWA begonnen in 2010. Zunächst einmal den ersten Flugversuch vorbereitet, der 2012 in Toulouse stattgefunden hat zum Überziehen. Der lieferte unter anderem Verformungsdaten des Fliegers, des Flügels, die wir dann genutzt haben, um daraus ein spezielles Windkanalmodell zu konstruieren, zu bauen. Und mit diesem Windkanalmodell haben wir in Beginn 2014 einen Windkanalversuch im ETW in Köln durchgeführt. Die Strömungssimulation, die wir sehen, zeigt zunächst einmal Schubspannungslinien, also den Strömungsverlauf auf der Oberfläche der Konfiguration und dann in einem zweiten Schritt Linien im Feld, sogenannte Bahnlinien, die Partikellinien, die die Strömung um das Flugzeug einnimmt. Und schließlich für das Überziehen sehr wichtig, das Auftreten und die Größe von Ablösungen, weil die letztlich den Maximalauftriebsbeiwert bestimmen und die müssen wir sehr genau kennen und vorhersagen können. Also STOL-Versuche im Grunde gehören zur Zulassung eines jeden Flugzeugs, aber wir wollen in diesem Forschungsprogramm ja unsere Vorhersagefähigkeiten entwickeln. Darum hat dieses Flugzeug eine ganz besondere Instrumentierung, wo wir eben auch die Flugzustände, die Strömungszustände in diesem extremen Flugzustand ermitteln wollen. Es ist so, dass wir uns alle, die an Bord sind, seit längerer Zeit kennen. Und von daher ist es schon ein eingespieltes Team, das hier die Versuche durchführt. Das ist auch notwendig, weil sonst kommt man einmal nicht zu dem gewünschten Ergebnis und zum anderen kann es dann auch gefährlich werden, wenn die Crew nicht gut zusammenarbeitet. Außer, dass wir es schon mehrfach gemacht haben, muss man schwangsläufig sehr konzentriert bei der Sache sein, weil man möchte ja einmal nicht die Kontrolle über das Flugzeug verlieren und zum anderen den Wissenschaftlern gute Ergebnisse liefern. Musik Musik Die Piloten haben eine exzellente Arbeit abgeliefert. Das war ein Zusammenspiel zwischen einem Airbus-Team und einem Billair-Team. So wie ich das erleben konnte über die Kommunikation, war das hervorragend. Die Technik hat funktioniert, das Wetter hat funktioniert, die Flugsicherung hat mitgespielt und die Besatzung hat gut zusammengearbeitet, sodass auch die gewünschten Ergebnisse erzielt wurden. Für mich das Besondere, das Reizvolle an diesem Projekt ist, dass ich es von Anfang an von der Ideenfindung mitgestalten durfte, mitbegleiten durfte und durchführen durfte. Bis jetzt, kurz vor dem Abschluss, über die fünf Jahre, was eine lange Laufzeit ist. Und das Zweite ist natürlich, dass hier Flugversuche beteiligt sind, weil das ist eben für einen Aerodynamiker schon etwas sehr Besonderes. Und auch diese Überziehflugversuche sind Dinge, die man nicht alle Tage erleben darf und begleiten darf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017